Ja, müssen wir bald alle frieren? Wird Heizen zum Luxusgut? Was geht gerade ab mit Öl, Gas und Kohle? Stehen wir vor einer Energiekrise? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Kohle, neues Allzeithoch, Gaspreis hat sich versiebenfacht, ebenfalls auf Rekordniveau und das Heizen wird in Zukunft immer teurer. Der eine oder andere wird in Zukunft überrascht sein, wenn er die Abrechnung bekommt von seinem Energiebetreiber und wird ganz schön schlucken müssen. Parallel kommen Nachrichten wie diese, dass die ersten Stromanbieter, dass die ersten Gasanbieter schon einfach aufhören zu arbeiten. Ja, pff, geht nicht mehr. Die Preissteigerungen sind zu krass und man hat sich verkalkuliert. Die Energiepreise sind in Europa im September um 17,4% gestiegen. Rolla die Waldfee. Aber diese sympathische, junge, attraktive Frau hat gesagt, das ist nur temporär. Frau Lagarde, von uns nicht demokratisch legitimiert und wegen Geldwäsche vorbestraft und deswegen wahrscheinlich auch prädestiniert für den Job bei der EZB, sagt, hey, 2022 wird das vorbei sein. Pustekuchen. Auch dazu habe ich ein Video gemacht hier zur Inflation. Schaut es euch an und schützt euch vor allem und euer Geld, eure Kaufkraft vor der Inflation, die nichts anderes ist wie eine versteckte Steuer, die uns alle enteignet. Übrigens, auch dieser Mann hier, mein Freund Marcel Fratscher sagt, ach Leute, alles Panikmache, reiner Populismus. Es wird keine Inflation geben, das wird nur an der Mehrwertsteuererhöhung wieder und ja, das ist dann nächstes Jahr ausgesessen. Da kann ich euch sagen, auch das wird nicht so sein. Nein, wir werden Inflation erleben, die wird auch anhalten, auch in 2022. Wir werden dann im Rückspiegel der Geschichte sehen, wer recht hatte, Marcel Fratscher oder ich. Wir hatten ja auch schon die eine oder andere Zusammenkunft, unter anderem hier bei Illner, wo es richtig geknallt hat. Also Zusammenbruch, vor allen Dingen ausgelöst im Euroraum, ist da für Sie irgendetwas nachvollziehbar an der Argumentation? Nein, das ist eigentlich zu... Ja gut, Sie waren immer bei der EZB beschäftigt, Sie können nichts anderes sagen. Ich bin monetärer Ökonom, ich habe viel mehr die Krisen angeschaut. Es gibt eigentlich überhaupt keine wissenschaftliche Basis für Ihre Argumente. Aber jetzt mit der neuen Regierung wird alles besser. Wir zahlen ja zwar schon die höchste Abgabenlast, die höchste Steuerlast und natürlich auch den höchsten Strompreis. Und der Strompreis ist noch mal teurer geworden. Wir sind jetzt bei 30,54 Cent pro Kilowattstunde. Wahnsinn, kein Land zahlt mehr. Aber hey, die Energiewende, die läuft. Wir schalten einfach mal Kohlekraftwerke ab und natürlich auch Atomkraftwerke und hoffen, dass der Wind stetig bläst. Und natürlich, dass die Sonne scheint und zwar auch nachts. Wie dieser Strom gespeichert werden soll? Egal, einfach machen. Im August kostete der Gaspreis 177 Prozent mehr als im Vorjahr. Da wird sich der ein oder andere über die Gasrechnung natürlich nicht freuen. Auch bei Öl waren es 64 Prozent mehr. Also, der Winter wird teuer. Man kann nur hoffen, dass der Klimawandel den Winter abmildert, dass es draußen warm ist und dass man nicht die Heizung andrehen muss. Weil ansonsten wird es teuer. Und parallel hat man noch die CO2-Abgabe on top draufgesetzt, dass man an der Tankstelle jetzt 10 Cent mehr zahlen muss pro Liter. Also, wir sehen an allen Ecken und Enden wird unser Wohlstand angegriffen, müssen wir immer mehr bezahlen, werden wir immer mehr zur Kasse gebeten, an der Tankstelle, im Supermarkt, beim Heizen. Tja, wer hat das prognostiziert? Hm, ich weiß es nicht. Also, sehen wir jetzt bald einen Energienotstand? Schauen wir mal an, was diese Frau zu sagen hat. Und wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf 20 Grad minus 20 Grad runterkühlt, dann ist das Hühnchen immer noch kalt. Aber wir können an der Grundlast des Netzes, und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen. Hm, vielleicht kann ich Hühnchen mehr essen? Wer weiß. Aber erinnert euch noch daran, als vor über einem Jahr der Ölpreis, der jetzt aktuell bei 80 Dollar pro Barrel steht, bei minus 35 Dollar war? What? Ja, war im Minusbereich. Erst auf Null und dann sogar im Minusbereich. Absurd. Es ist nicht mehr zu leugnen. Diese bekannten Titel und Zeitungen sagen es auch. Wir sind in einer Krise. Der Wind weht nicht genug. Aus dem Grund müssen Stromanbieter jetzt auf Kohle wieder umsteigen. Der Strompreis hat sich verdoppelt. Der Erdgaspreis sogar verdreifacht. Öl geht immer weiter hoch. Überall steigen die Energiepreise in immer neue Sphären. Bezahlen tust du, tu ich, tun wir alle. Natürlich werden die Kosten an die Endkunden abgegeben. Auch in der Wirtschaft natürlich. Die zahlen auch exorbitante Preise und werden diese Kosten eins zu eins einfach weitergeben. Schon jetzt haben Henkel, Nestle und Procter & Gamble angekündigt, die Preise zwischen 8, 10, 15, 20 Prozent zu erhöhen für ihre Produkte. Erste Gasversorger gehen in die Knie und man hat sogar Angst vor einem Blackout. Hmm. Tja, soviel zur gut durchdachten Energiewende. Und jetzt lasst diesen Chart des niederländischen Gaspreises auf euch wirken. Das ist nicht der Bitcoin-Chart oder der Chart von Apple und Amazon. Nein, das ist der niederländische Gaspreis. Und die ersten deutschen Stromkraftwerke müssen jetzt schon abschalten, weil sie keine Kohle mehr haben. Goldman Sachs warnt jetzt schon vor leeren Gasspeichern in Europa. Der Nachschub kommt nur spärlich durch die gestörten Lieferketten, durch Produktionsengpässe, durch die ansteigende Wirtschaft, durch den hohen Energiehunger. Sollte der Winter in Europa hart werden, könnte es zu einer richtigen Energiekrise werden. Ja, es könnte sogar so weit gehen, dass die Staaten, dass die Regierungen einzelne Industriezweige sogar abschalten müssten. Dann hätte man sein Ziel vielleicht sogar endlich erreicht, nämlich die Wirtschaft zu drosseln, um die Energie zu schonen, um das Klima zu schützen. Vielleicht ist das ja das erklärte Ziel. Wer weiß. Und wir sitzen dann bei Kerzenschein im Kalten und bibbern um die Wette. Gleichzeitig herrscht in Europa wieder eine ungewöhnliche Windflaute. Und aus dem Grund müssen jetzt die ersten Energie- und Stromanbieter in Deutschland wieder auf die Kohle zurückgreifen. Man kann es sich nicht ausdenken. Da die Kohle, vor allem die Braunkohle, natürlich eine kleine Umweltsau ist und dementsprechend viel CO2 emittiert, zog natürlich der Preis für die CO2-Emissionszertifikate rasant an. Was dann aber auch die anderen fossilen Energieträger verteuert hat, wie Gas und Öl. Ihr seht also eine Abwärtsspirale. Und in Deutschland ist jetzt der Großhandelspreis für Strom auf einem 10-Jahres-Hoch. Ich möchte mal aufzeigen, wie wichtig Gas für die Energieversorgung Europas ist anhand dieser Charts. Ja, und ihr seht, Gas ist auf Platz Nummer 1. Danach kommt die andere Umweltsau, Kohle. Dann kommt Wasserkraft und Platz 4 das böse, blöse, böse Uran, also Atomenergie. Was wir ja komplett abschalten wollen. Aber die emissionsfrei ist und immer verfügbar, unabhängig von Wind und Wetter. Im folgenden Chart seht ihr, wie in Deutschland im Jahr 2020 Strom produziert wurde. Da sehen wir die erneuerbaren Energien, wir sehen das Gas, die Atomenergie, die Kohle. Und im folgenden Chart sehen wir dann den Verbrauch. Ja, und das treibt die Anbieter in den Ruin. In Großbritannien ist es auch schon so weit. Da haben die ersten zwei auch schon die Flügel gestreckt. Da geht das Licht schon aus, da ist der Strom schon weg. Avro Energy und Green Supplier mit zusammen 1,5 Millionen Kunden sind in England dieses Jahr aufgrund der hohen Gaspreise in die Insolvenz gerutscht. Und jetzt ist sogar der sechstgrößte Energieversorger Großbritanniens in die Bredouille geraten. Bulb Energy mit 1,7 Millionen Kunden hat durch die hohen Einkaufspreise für Gas jetzt ein enormes Problem. Und Bulb Energy versucht jetzt durch eine Kapitalerhöhung oder durch eine Fusion die Insolvenz abzuwenden. Es geht ans Eingemachte. Wenn Versorger natürlich ausfallen, ist die Versorgungssicherheit nicht mehr garantiert. Dann kann es ganz schnell sein, dass ihr im Dunkeln sitzt, dass wir einen Blackout haben oder dass man einfach frieren muss. Vielleicht wird dann der Strom, aber auch die Energie, Öl, Gas rationiert wie in der DDR. Ja, wir haben ja die Sozialisten jetzt gewählt. Also was habt ihr erwartet? Die Frage ist natürlich, wird es in Deutschland auch zu Insolvenzen von Energieversorgern kommen? Ja, und Reuter sagt und berichtet darüber, dass einige Energieversorger tatsächlich in die Insolvenz abrutschen könnten. Mit natürlich großen Kollateralschäden für deren Kunden und für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Und Grund dafür natürlich, weil die Energieeinkaufspreise weit über dem sind, wie das, was sie vom Kunden bekommen. Und ein Experte, Andreas Schweitzer von Hovrat, sagt ganz klar, er erwartet in den nächsten Wochen und Monaten definitiv Insolvenzen am deutschen Energiemarkt. Das ist nur eine Frage der Zeit, eine tickende Zeitbombe. Man kann nur hoffen, dass ihr euch natürlich schützt, dass ihr autark seid oder beim richtigen Anbieter seid. Wohl denen, die natürlich mein Buch gelesen haben, mein sechster Bestseller, die größte Chance aller Zeiten, könnt ihr mit Widmung gerne bestellen bei mark-friedrich.de. Und wenn es euch ganz kalt ist, könnt ihr es verbrennen, da das echtes deutsches Papier ist. Also einen hohen Brennwert. Also wenn ihr es nicht mögt, wenn euch kalt wird, dann ab ins Feuer. Nein, Spaß beiseite. Und diejenigen, die vielleicht auch den Rohstoff-Superzyklus hier auf meinem Kanal gesehen haben, sind auch gut vorbereitet, haben frühzeitig vielleicht in Energiewerte investiert, in Gaswerte, Kohlewerte, Uranwerte und so weiter. Schaut ihn gerne mal an. Ich verlinke es mal hier. Der Trailer sind viele tolle Investoren weltweit, die smartesten Hedgefondsmanager, Manager und so weiter, die in dieser Serie ihr Wissen preisgeben, an dem wir partizipieren können. Und während Annalena Baerbock versucht, Russland für die steigenden Gaspreise verantwortlich zu machen, indem sie kritisiert, dass Russland sehr, sehr, sehr zurückhaltend bei der Lieferung von Erdgas nach Europa ist, war sie gleichzeitig mehrfach gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2. What? Ja, pfff. Man darf die Warum-Frage nicht mehr stellen. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Auf der einen Seite kritisiert sie Russland. Hey, liefert mir Gas. Und dann sagt sie aber, ich bin gegen Nord Stream 2. Was aber natürlich die Gasversorgung sichern würde. Ja, bei den Grünen fragt man sich ja natürlich oft. Naja, gut. Also anscheinend hat eine Energiesicherheit für Frau Baerbock keine Priorität. Und dabei ist Deutschland natürlich vor allem jetzt in der Energiewende stark abhängig von sicheren Lieferketten, von einer sicheren Energieversorgung, vor allem bei Nord Stream 2 aus Russland mit Gas. Ja, aber wie konnte es jetzt in dem tollen, großen, starken Deutschland so weit kommen mit der besten Regierung aller Zeiten und mit dem Wirtschaftsstandard Nr. 1 weltweit? Tja, durch eine völlig überhastete und übereilte Energiewende. Ausgelöst durch puren, blanken Populismus. Wegen Fukushima natürlich. Ohne vorher mal zu überlegen, was haben wir für einen Ausgleich, um die Grundlastfähigkeit unserer Energieversorgung zu garantieren. Ohne Speichermöglichkeiten von erneuerbaren Energien. Mit reinem Populismus und Angstmacherei vor dem Atomsupergau wurden dann die sicheren deutschen Kernkraftwerke peu a peu abgestellt. Und damit die deutsche Stromversorgung und die Energieversorgung destabilisiert und zwar mit offenem Visier, bei vollem Bewusstsein. Und das übrigens bringt natürlich das gesamte europäische Verbundsnetz in die Bredouille. Weil ihr dürft nicht vergessen, unser Stromnetz ist mit 36 anderen in Europa verbunden. Das heißt, wenn da irgendwie ein Dominostein umkippt, macht es klack, 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 klack und ins Ende Gelände. Egal ob in Rumänien oder in Portugal oder in Deutschland. Man ist miteinander in einem Netz verbunden. Auf Gedeih und Verderben. Fakt ist, es fehlt die Grundlastenergie im Netz. Dieser Zustand wird sich in den nächsten Jahren durch die Abschaltung von weiteren Kernkraftwerken, von Kohlekraftwerken, natürlich dramatisch verschlimmern. Und die Gaskraftwerke laufen jetzt schon auf Hochtouren, um die Regelleistung überhaupt sicherstellen zu können. Es ist eine tickende Zeitbombe. Die Frage ist nicht ob, sondern lediglich wann das System einen Fehler erleidet oder wir den ersten Blackout haben. Und Investitionen natürlich in fossile Energieträger wurden durch die ESG-Maßnahmen, durch den Green Deal und so weiter, der Politik der EU und so weiter, natürlich als unerwünscht dargestellt und vernachlässigt. Man hat nicht mehr in die Infrastruktur investiert. Staatliche Subventionen für konventionelle Energieträger wurden einfach gestrichen. Und parallel wurde der Kohleausstieg, aber auch der Atomausstieg weiter vorangetrieben. Wie stellen denn andere Länder eigentlich ihre Energieversorgung sicher? Tja, die sind ein bisschen klüger, weil die ihre Energieversorgung staatlich subventionieren. Zum Beispiel in China spielt Kohle weiterhin eine große Rolle zur Energieversorgung. Und dadurch haben wir natürlich eine große Stabilität. Das gleiche in anderen Ländern, die stark wachsen. Also in allen Wachstumsmärkten ist Kohle auf dem Vormarsch. Die Frage ist natürlich, wenn wir als eines der wenigen Länder Kohlekraftwerke abschalten oder Atomkraftwerke abschalten und um uns herum alle anschalten, was da der Mehrwert ist. Ich glaube nicht, dass Deutschland allein den Klimawandel komplett stoppen kann. Schön wäre es, aber statistisch, mathematisch eher unwahrscheinlich. Und wenn wir dann keine Prosperität mehr haben, keinen Wohlstand mehr haben, keine Arbeitsplätze mehr haben, dann können wir auch keine Innovation vorantreiben. Und die Innovation wäre wahrscheinlich viel, viel, viel effizienter, um Energie einzusparen, um neue Energiequellen zu finden, um den Klimawandel zu stoppen, als zum Beispiel Verbote und Steuererhöhungen. Aber nur meine Meinung. Ich bin ja nicht in der Regierung. Ja, und aus dem Grund, weil Kohle so nachgefragt wird, weil es einfach ein zuverlässiger, grundlastfähiger Energieträger ist, hat sich der Kohlepreis in den letzten zwölf Monaten verdreifacht. Ein Hoch auf jeden, der irgendwie in Kohle, Gas, Uran und so weiter investiert ist. Und der Trend wird meiner Ansicht nach anhalten. Lustig ist ja, dass durch die steigenden Gaspreise das sozialistische Europa und Deutschland jetzt gezwungen ist, Kohle zu verbrennen, um günstiger als mit Gas Strom zu erzeugen oder Energie zu erzeugen. Man kann es sich nicht ausdenken. Auch die Charts sprechen eine deutliche Sprache. Durch den Konflikt zwischen Australien und China sind auch dort die Lager relativ schlecht bestückt. Und auch da sind die Preise exorbitant gestiegen. Also weltweit sehen wir eine Energiekrise und sehen wir natürlich einen Notstand, sehen wir eine Versorgungsunsicherheit. Ja, jetzt aber nochmal zu Deutschland und Kohle. Hier, how it started in 2019. Deutschland will all seine 84 Kohlekraftwerke schließen. Und how it's going in 2021, sehe da, Kohle ist auf Platz 1 bei der Energieversorgung in Deutschland. Man kann es sich nicht ausgucken. Auch hier wieder die spätrömische Dekadenz, auch hier wieder die Negativauslesung der Politik, die nur in vier Jahreszyklen denkt. Leider nicht wie bei Bitcoin, der in vier Jahreszyklen einen Preis hat. Nein, sondern Hauptsache ich werde wiedergewählt. Nach mir die Sintflut. Was interessiert mich, was morgen passiert? Null vorausschauende Politik, keine Vision, sondern immer Aktivismus, purer Populismus. Kommen wir zum deutschen liebstes Kind, zum Uran, zur Atomenergie. Nein, Spaß beiseite. Wie ihr wisst, hatte ich in meinem aktuellen Bestseller, die größte Chance aller Zeiten, ein ganzes Kapitel über Uran geschrieben. Ich habe ein Case für Uran gemacht und sehe da, das Timing war perfekt. Der Uranpreis hat sich im August oder seit August verdoppelt. Die Minenaktien, also die Uranminenaktien, sind um 100, 500, 900 Prozent in die Höhe geschossen. Mittel- bis langfristig bleibe ich weiterhin super bullish, was natürlich Minenaktien, Uranminenaktien angeht, aber auch Uran generell. Ja, weil Uran wird jetzt als Energieträger, als emissionslose Energieträger wiederentdeckt. Selbst das IPCC, die große Behörde für den Klimawandel, hat gesagt, es ist empfehlenswert, Atomenergie mit in den Produktmix reinzunehmen, weil er nun mal emissionslos ist, also kein CO2-Ausstöß. Atomenergie wird wiederentdeckt. Selbst im Wüstenstaat Katar hat man jetzt in Abu Dhabi, hat man jetzt ein Kernkraftwerk eröffnet und will weitere bauen. Überall weltweit werden viele Kernkraftwerke momentan geplant oder sogar gebaut und eröffnet. Die Investorlegende Warren Buffett und Microsoft-Gründer Bill Gates, der auch viel mit Impfen zu tun hat, sehen in Flüssigsalz-Atomreaktoren einen vielversprechenden Ansatz, um die Versorgung der USA mit Energie sicherzustellen. Und warum steigen jetzt die Preise auf einmal so stark an? Ganz klar, großes Desinteresse natürlich an den fossilen Energieträgern, wegen kurzfristiger Klimapolitik. Dadurch gibt es immer weniger Investitionen in diese aber grundlastfähigen Energieträger. Grundlastfähig heißt, die sind unabhängig von Wind und Wetter und Sonne, sondern die sind einfach da. Kohle ist immer da, Gas kann immer da sein und Uran, also Atomenergie sowieso. Aber alles, was abhängig ist von Wind und Sonne, ist halt nicht grundlastfähig. Weil manchmal, psst, behalte es aber für euch, weht kein Wind und soll auch keine Sonne scheinen. Ja, ist so. Das wissen aber viele noch nicht. Weder Frau von der Leyen noch Frau Baerbock. Ja, ihr hört meinen zynischen Unterton, aber seit der Wahl bin ich einfach ein bisschen desillusioniert. Ja, und dann wurde weniger investiert in den Ausbau der Infrastruktur, aber auch in die Suche nach neuen fossilen Energien, also nach Kohle und Gas und so weiter. Und dementsprechend kommt es halt dann irgendwann zu einem Engpass. Problem ist jetzt aber, dass die Nachfrage nach diesen fossilen Energieträgern, nach den Rohstoffen, viel größer ist als das Angebot. Und somit haben wir den Salat. Das ist der Grund, warum den Preis natürlich steigen, weil Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Und wenn das Angebot niedrig ist, durch Mangelinvestitionen, durch Desinteresse, durch politischen Willen, aber die Nachfrage immer weiter steigt, dann geht der Preis nach oben. Finanzielle Intelligenz. Öl- und Gasreserven werden einfach de facto nicht ersetzt. Es finden keine Explorationsarbeiten mehr statt. Also Royal Dutch und BP suchen gar nicht nach neuen Öl- und Gasfeldern. Ganz im Gegenteil. Die ganzen Unternehmen leben eigentlich nur noch gerade von der Substanz von den Lorbeeren, auf denen sie sich ausruhen. Und wie es euch persönlich trifft, wisst ihr ja, da könnt ihr ja mal auf eure Stromrechnung schauen. Wir zahlen in Deutschland die höchsten Strompreise der Welt. Wie vorhin schon erwähnt, 30,54 Cent pro Kilowattstunde. Und wir zahlen das ja von unserem Nettoeinkommen, aber erhalten dafür keine Gegenleistung, also sozial komplett ungerecht. Es trifft alle und vor allem die Ärmsten. Deutsche Unternehmen, die jetzt auch steigende Energiepreise zu verorten haben, werden dadurch natürlich weniger konkurrenzfähig, weil denen ihre Preise steigen. Man schädigt auch noch die Arbeitgeber und die Unternehmen und die Wirtschaft. Was langfristig natürlich wie ein Pendel zurückschwingt. Dies gefährdet nämlich dann die Arbeitsplätze und natürlich das Lohnniveau. Man wird einsparen versuchen. Man wird Leute entlassen. Man wird weniger einstellen. Weniger ausbilden. Ein ganzer Rattenschwanz an negativen Kollateralschäden. Dann zahlen die Unternehmen natürlich weniger Steuern. Und was macht dann die Politik natürlich, um das auszugleichen? Steuern erhöhen. Und da sind wir dann in der Abwärtsspirale. Immer mehr Abgaben, immer weniger Gegenleistung und immer steigende Preise, steigende Steuern, steigende Abgaben. Parallel steigt natürlich die Gefahr eines Blackouts. Tja, und was ist mein Ausblick? Ganz klar. Wir werden weiter steigende Steuern sehen, steigende Strompreise sehen, steigende Energiepreise sehen. Wir sind erst am Anfang dieser Entwicklung. Es wird zu Stromrationierungen kommen, zu Energierationierungen kommen, aber auch wahrscheinlich zu Ausfällen. Zu dem Thema Blackout wollte ich ein eigenes Video machen. Und einen Blackout wollt ihr nicht erleben in Deutschland. Und ich bin mir sicher, wir werden aber dann auch durch die Krise, durch den Crash, durch den Blackout, eine Rückbesinnung wieder zu Atomenergie sehen. Die Menschen werden es einfordern. Der Spiegel hat jetzt schon gewarnt vor Energiekrisenpopulismus, weil ja, 31% der Bürger durch steigenden Preise jetzt schon wieder liebäugeln mit der bösen Atomenergie. Und das will man natürlich nicht. Man hat jetzt erst eine neue Rubrik bei Spiegel eröffnet, die heißt Klimakrise. Da muss man natürlich immer wieder die Angst schüren, dass morgen der Ozean um drei Meter steigt und die Welt untergeht. Aber ich, ich bin der Crash-Prophet. Und natürlich die Vorteile von fossilen Energieträgern werden auch wieder breiter diskutiert. Siehe da, die ersten Länder kommen ja schon wieder und bauen neue Atomkraftwerke. In den Niederlanden oder hier in Italien wird auch darüber diskutiert. Also wie gesagt, ich habe ein ganzes Kapitel zu Uran im aktuellen Buch geschrieben. Sehr, sehr lesenswert. Ja und der Ausblick ist natürlich, wenn im Jahr 2050 der Wind mal nicht bläst, dann wird es kalt. Weil die Abhängigkeit immer weiter zunimmt von den erneuerbaren Energien, die aber halt nicht grundlastfähig sind. Weil durch das Pariser Klimaabkommen will man bis 2015 natürlich 85% der Energie des Stromes durch erneuerbare Energien erzielen und nur 10% über fossile Energieträger, die aber grundlastfähig sind. Das wird spannend. Oder kalt. Oder dunkel. Oder langweilig, weil kein iPhone mehr da ist. Die Frage ist natürlich, wie kannst du dich dagegen schützen und hatchen? Also ich würde erst mal ganz oben anfangen, nämlich, ihr müsst eine Art persönliche Krisenvorsorge betreiben gegen einen potenziellen Blackout. Da ist natürlich ganz wichtig, Essen und Trinken. Es gibt vom Bundesamt für Katastrophenhilfe und Bevölkerung schützt eine tolle Broschüre, die werde ich unten verlinken. Die kann man kostenlos bestellen. Da werden dann zum Beispiel vorgeschlagen, was man für zwei Wochen bevorraten sollte. Und da könnt ihr mit wenig Investment, mit wenig Geld, euch unglaublich viel Vorsprung erkaufen. Schaut nach Großbritannien. Da sind die Tankstellen jetzt leer. Da sind die Supermärkte leer. Ja, gut, hat einen anderen Grund, aber nichtdestotrotz, das kann jederzeit passieren. Hatten wir beim ersten Lockdown auch. Da gab es kein Klopapier mehr und keine Nudeln und kein Mehl mehr. Und ob ihr jetzt eine Packung Waschmittel kauft oder Nudeln kauft oder 10 oder 20, es ist egal, verbraucht wird so oder so und es wird nicht schlecht. Aus dem Grund ist auch bei mir in der Honorarberatung die Krisenvorsorge, die Autarkie von Supermärkten, Apotheken und Banken ein wichtiger Baustein in der gesamten maßgeschneiderten Strategie zur Vermögenssicherung. Ihr könnt jetzt noch versuchen, eure Heizung natürlich auf alternative Energieträger umzuschichten. Pellets, Holzofen, man ist autark von Strom, Gas und Öl. Dann lieber jetzt schon mal, wenn man einen Heizöltank hat oder einen Gastank hat, jetzt mal lieber noch zu den vielleicht noch moderaten Preisen auffüllen, bevor die Preise weiter explodieren. Parallel könnte man auch in Aktien investieren, die von den steigenden Preisen profitieren. Also Gasunternehmen, Ölunternehmen, ETFs, Fonds und so weiter. Und laut werden, Leserbriefe schreiben, Menschen informieren, dass wir uns das selbst eingebrockt haben, diese steigenden Preise durch eine falsche Politik, durch das Versagen der Berufspolitiker. Und denen auch klar zeigen, ihr seid schuld durch euren überhasteten Atomausstieg, durch diese Energiewende, die keinen Sinn macht und die uns nur Wohlstand kostet und auch noch gefährdet an sozialen Frieden, an Versorgungssicherheit. Hier sehen wir den Bloomberg Commodity Index, der Rohstoffindex. Der ist auf einem Allzeithoch. Und deswegen auch aufpassen, weil die Energiepreise haben die Aktienpreise schon stark steigen lassen. Also jetzt blind einzusteigen, zu denken, es geht alles gut, auch da kannst du mal zurückkommen. Und wenn der Winter dank Klimawandel mild wird, dann können die Preise auch wieder deutlich korrigieren. Deswegen nicht alle Eier in ein Nest legen, diversifizieren, aber in Zukunft, auch die nächsten Jahre, eine gute Gasaktie, eine gute Ölaktie, Kohleaktie, Rohstoffe generell im Portfolio zu haben, ist auf jeden Fall ratsam. Und natürlich die Uranminen. Zu Uran habe ich einige Videos gemacht, zum Beispiel dieses hier mit Christian Scherer oder auch generell, warum man jetzt in Uran investieren sollte, findet ihr hier natürlich in der Playlist. Schaut euch die Videos an. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr dem Video jetzt schon einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr es teilt mit Leuten, wo ihr wisst, die zahlen immer mehr Geld für ihre Stromrechnung, für ihre Energierechnung, damit den Menschen bewusst wird, dass wir uns das selbst eingebrockt haben, beziehungsweise unsere Politiker. Mein Freund Marcel Fratscher, der erwartet zwar steigende Energiepreise, dafür würden aber in Zukunft andere Sachen, wie zum Beispiel technische Geräte, billiger. Und das würde das Ganze wieder ausgleichen, ohne Worte. Fakt ist natürlich, dass diese Energiepreise, die steigenden Rohstoffpreise, dass die natürlich auch Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Es wird Gewinnwarnungen geben von Unternehmen, dann werden die Aktien abstürzen. Die Wirtschaft wird deutlich weniger wachsen als zuvor. Dadurch weniger Steuereinnahmen, keine neuen Lohnrunden und eventuell sogar Entlassungen oder Einstellungsstopp. Wir werden mehr Schulden sehen von Staaten, aber natürlich auch die Notenbanken werden wieder Vollgas geben und die Druckerpresse anwerfen. Hoffentlich natürlich mit Windenergie oder Solar. Und wenn die Wirtschaft natürlich schwächer wächst, wenn es Gewinnwarnungen gibt, können auch die Aktienmärkte deutlich korrigieren im nächsten Jahr. Ja, und der stark steigende Gaspreis ist vergleichbar mit 190 Dollar für ein Barrel Öl. Das hat die gleichen Implikationen. Und die Auswirkungen sind folgendermaßen. Wir sehen jetzt, dass es kein Gas mehr gibt und dass man alternativ jetzt natürlich den Switch macht zu Kohle. Das ist in einem regelrechten Boom jetzt. Dann steigt aber auch der Kohlepreis stark. Dann fängt man dann wieder an, Öl zu verbrennen, weil Öl noch günstiger ist als Gas und Kohle. Dann steigt natürlich auch der Ölpreis irgendwann, weil Angebot und Nachfrage, wie vorhin erklärt, sich immer weiter auseinander bewegt. Und das führt dann zu einem globalen Problem, weil natürlich die meisten Transporte, U-Bahnen, Züge natürlich auch mit Gas, Öl oder Kohle befeuert werden. Die Preise steigen dann überall. Das führt dann aber auch zu höheren Transportkosten für Lebensmittel, für Weizen, für Grundnahrungsmittel. Dann wird das Essen vor allem für die Schwellenländer immer teurer, immer unbezahlbarer und führt zu Unruhen. Kann dann zu einer Rezession führen und zu weiteren politischen Eingriffen, die das Ganze noch weiter natürlich beschleunigen und verschärfen. Also das Fourth Turning sozusagen in der Energiekrise. Hier ein Bericht von CNN, wo jetzt schon 80 Millionen Haushalte in Europa kämpfen, dass es überhaupt warm bei ihnen in der Bude wird. Und durch die steigenden Energiekosten wird es natürlich noch viel, viel drastischer. Wie vorhin schon erwähnt, vielleicht sind die höheren Preise sogar das Ziel der Politik. Hier, lest mal das. Löschl, Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoringprozess Energie der Zukunft der Bundesregierung. Er geht davon aus, dass die angespannte Lage auch ein Impuls sein könnte. Also eine Chance für uns alle. Wir müssen es so richtig sehen. Nicht nur Gas, sondern auch Strom, Öl und andere Rohstoffe seien teurer geworden. Das ist die Antizipation der Energietransformation. Wir wollen ja prinzipiell die fossilen Energieträger teurer machen, sagt er. Ja, Herrschaftszeiten. Die Politik freut sich also, dass wir mehr zahlen müssen, um ihren politischen Willen, ihre politische Ideologie durchzudrücken auf unsere Kosten. Man nimmt wahrscheinlich sogar in Kauf, dass wir dann Blackouts haben und alle im Dunkeln sitzen. Tja, aber wie gesagt, 14,3% haben für die Grünen gestimmt, 25,7% für die SPD. Die Mehrheit hat es so gewollt. Das ist Demokratie. Tja, und das befördert natürlich alles die Inflation. Deswegen wird die Inflation auch weiter anhalten, wird parallel noch zu steigenden Preisen euch noch die Kaufkraft nehmen. Also Geld, was ihr angelegt habt bei der Lebensversicherung auf einen Bausparvertrag oder auf einem Konto, wird weiterhin entwertet und ihr werdet weiter Kaufkraft verlieren. Deswegen müsst ihr aktiv werden. Deswegen lest mein Buch, schaut die Videos an, schaut, wie ihr euer Geld inflationsgeschützt investieren könnt. Wir sehen, es ist durch politische Inkompetenz so weit erst gekommen. Wir sehen, die Politik hat keine andere Lösung, als weitere Steuern zu erhöhen. Wir zahlen die Zeche, weil wir sind der Staat, wir sind der Souverän. Egal, was passiert. Und ihr könnt euch jetzt noch schützen, indem ihr euch jetzt autark macht, indem ihr Vorsorge betreibt, indem ihr euer Geld richtig anlegt und indem ihr als Multiplikator auftretet. Und dieses Wissen bitte weitergebt an die Nachbarn, an die Freunde, an die Bekannten, die jetzt stöhnen, wenn sie ihre Energie, ihre Stromrechnung sehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wollte mal einen Rundumschlag machen, weil das ist eine Krise, die kommt auf uns zu. Die ist vielleicht noch nicht überall zu sehen, zu spüren, aber in drei, sechs Monaten, wenn die Abrechnungen kommen, wenn die ersten Energieversorger in die Knie gehen oder weitere Energieversorger, Stromanbieter in die Knie gehen, wenn die Preiserhöhungen kommen, dann wird es uns alle treffen. Und das ist zusätzlich eine weitere Inflation, eine weitere Besteuerung durch die Inkompetenz der Politik, durch eine falsche Politik, durch historische Fehlentscheidungen. Wie gesagt, die Energiewende und der Atomausstieg waren überhastet, waren falsch und werden uns teuer zu stehen kommen. Auch das hatte ich im Buch geschrieben. Und jetzt kann man sich noch vorbereiten. Fakt ist, die Antwort der Politik wird sein, noch mehr Verbote, noch mehr Steuererhöhungen, noch höhere Abgabenlast. Lasst euch nicht für dumm verkaufen. Denkt immer daran, die Welt da draußen ist besser, als wir glauben. Nämlich dadurch, dass der Mensch durch Scheitern lernt. Ich wünsche euch trotzdem einen wunderschönen Sonntagabend. Wir werden das schaffen. Gemeinsam sind wir stark. Bleibt tapfer, bleibt gesund. Herzlichst, euer Marc.